Hallo Freunde der Energiewende, Moritz hier von Energiespeicher Online, der Partner für eure Energiewende. Wer zu Hause seinen eigenen Strom produzieren möchte, der fängt natürlich mit der eigenen Solaranlage auf dem Dach an. Und genau deshalb schaue ich mir heute ein Solarmodul der ganz besonderen Art an. Die VG-Series von Hyundai Energy Solutions mit Schindel-Technologie. Hyundai, bauen die nicht nur Autos? Ja, seit 1967 und sind mittlerweile der achtgrößte Autohersteller der Welt. Aber nicht nur das, unter der Konzernsparte Hyundai Energy Solutions produzieren die Südkoreaner auch erfolgreich, sehr effiziente und zuverlässige Solarmodule und Wechselrichter. Die Hyundai-Module sind als Glasfolie mit schwarzem Rahmen oder wie hier schön zu sehen als Full-Black-Design verfügbar. Aktuell leistet sie zwischen 385 und 400 Watt Peak. Die Solarmodule der VG-Serie zeichnen sich durch ihre einzigartige Schindel-Technologie aus. Wie ihr schön sehen könnt, werden hier viele kleine Solarzellen übereinander geschichtet, wie bei der klassischen Schindel-Eindeckung von Fassaden und Dächern. Große Vorteile der Schindel-Technologie? Die Bassbars auf den Vorderseiten der Solarzellen fallen weg, was die Module-Effizienz erhöht. Außerdem gibt es keine Zellzwischenräume mehr, wodurch die aktive Modulfläche gesteigert wird. Und insgesamt entsteht ein wesentlich homogeneres, schöneres Gesamtbild. Was macht die VG-Serie noch aus? Sie weist einen niedrigeren Temperatureffizienten auf als das Durchschnittsmodul, nämlich ungefähr minus 0,34% pro Grad. Das Durchschnittsmodul liegt hier bei ungefähr minus 0,4% pro Grad und reagiert deswegen wesentlich empfindlicher auf Temperaturextreme. Außerdem erhält man ganze 20 Jahre Produktgarantie, was für ein Glasfolie-Modul doch noch recht selten ist. Und als Garantiegeber hat man nicht weniger als den kompletten Hyundai-Konzern. Ein Fortune 500-Unternehmen, das sicherlich jede Garantie bedienen kann. Wenn ihr euch für die Hyundai-Module im Full-Black-Design interessiert, schaut gerne bei uns im Online-Shop vorbei. Einen Link habe ich euch wie immer unten in die Produktbeschreibung gepackt. Und, ganz wichtig, wir versenden deutschlandweit für 0 Euro und können euch mit regionalen Installationspartnern auch die Installation direkt mit anbieten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, kommentiert, was ihr zu den Hyundai-Modulen sagt. Ich freue mich aufs nächste Mal, macht's gut, euch noch einen schönen Tag.